Fried mit mich, meine Freunde. Ich bin 14 Jahre alt und ich sorge jetzt schon für mein Alter vor. Und mein Alter beginnt mit 18. Und zwar, wenn ich alt bin, dann werde ich mir Botox spritzen oder sowas. TikTok-News mit 14 Jahren, Anti-Aging-Routine und mehr. Das war schon ein bisschen älteres Video, 10 Monate. Mittlerweile ist die Person wahrscheinlich schon 15. Da ist man dann meiner Meinung nach schon ein Rentner. Heute starten wir mit einem neuen Format. Das ist ein schönes Blümchen. Keinen Namen für das Format. Deswegen würde ich sagen, lasst uns doch ganz spontan dieses Format TikTok-News nennen. Themen, die auf TikTok viral gegangen sind, wo es sich aber nicht lohnt, ein komplettes Video dem Thema zu widmen. Beziehungsweise das Thema füllt nicht ein komplettes Video. Daher werden in diesem Video hauptsächlich Themen aus TikTok, die diese Woche in den vergangenen Tagen viral gegangen sind, zusammengepackt. Und darauf gehen wir ein. Und safe, ich kann mich noch erinnern, weil das ein bisschen so ein älteres Video ist, hat sie hier einfach immer noch dieses Bild hinter dem, was ist das überhaupt, ein Kamin oder was auch immer? Nein, das ist irgendein Schreibtisch, also irgendein Kästchen oder sowas, hat sie einfach das Bild dahinter. Und glaubt mir, Freunde, eine Story davon hat es wirklich in sich. Fuchsi, danke schön. Fangen wir doch erstmal mit dem Jungs an. Eine 14-Jährige auf TikTok zeigt ihre Pflegeroutine. Ihr könntet doch vielleicht jetzt denken, okay, was ist jetzt falsch daran? Sie zeigt doch nur ihre alltägliche Pflegeroutine. Nein, liebe Freunde, das ist es leider nicht. Es handelt sich hierbei um eine Anti-Aging-Pflege-Routine. Geh, Julia. Seht selbst. Wow, wie viel? Was ist das? Senf? Wääh? What the fuck? Ey, ich kenne mich nicht so aus mit Body Lotion und sowas, aber ich meine, wenn du so viel drauf hast, was machst du dann? Du legst dich dann so ins Bett oder du, keine Ahnung, ziehst dir einen Pullover an und sowas und dann hast du den ganzen Saft da drinnen und so. Oh mein Gott. Ich frage mich halt bei der Geschichte, wie kommt sie darauf, dass sie das machen sollte, machen müsste, wie auch immer. Ich will natürlich nichts unterstellen oder sonst was. Ich glaube aber, dass das von irgendeiner anderen Person ausgehen könnte oder vielleicht sogar von Social Media. Weil wenn jetzt zum Beispiel die Mom das macht und wenn sie sagt so, yo, keine Ahnung, ich hasse meine Haut so sehr und ich bin schon so faltig und dies und das und jenes, dann wird sie das ja auch mitbekommen und wird sich denken, okay, ich habe die Gene von meiner Mom, deswegen werde ich dann auch aussehen wie meine Mom und ich möchte das nicht, weil meine Mom ist ja urgescheidig und so und deswegen schmiere ich mir das Empfinds Gesicht. Oder eben von, genau, von so Sachen wie TikTok, weil ich meine, im Endeffekt, als ich ein Kind war, habe ich mich auch nicht verglichen direkt mit anderen Kindern, sondern auch mit Leuten, die älter waren, was halt komplett dumm ist oder was ist dumm, ist menschlich, ne, aber wenn jetzt irgendjemand Hautprobleme hat und du schaust dir das als 14-Jähriger an, aber die Person, die Hautprobleme hat, ist irgendwie 30 oder sowas, dann sind das komplett andere Sachen, die das verursachen könnten. Das könnte sein, dass du kurz nach einer Schwangerschaft sowas bekommen hast oder während einer Schwangerschaft oder dass du so viel Stress im Beruf hast oder dass du umziehen musst und jetzt fühlst du dich gar nicht mehr wohl dort, wo du bist und dies und das und jenes. Es können ja vieles sein, was das verursacht und du gehst halt in die Schule und spielst Yu-Gi-Oh! Jetzt nicht, dass dein Leben komplett stressfrei ist oder sonst was. Mein Leben mit 13, 14 war absolute Hölle. So, aber ihr wisst, was ich meine. Du kannst dich halt nicht vergleichen mit einer anderen Person und ich glaube nicht, dass es so viele 14-Jährige gibt auf TikTok, die so eine Routine haben, vielleicht schon. Zwei am Tag? Das kostet ja auch so viel. Wie viel kostet so eine Maske? Ich meine, wahrscheinlich nicht so viel, wahrscheinlich so ein Euro. Aber trotzdem, das sind dann 60 Euro im Monat, plus dann noch diese Cremen und so. All over my body. I leave this face mask on for around 10 minutes. Never forget to do skincare on your neck, because that's one of the main things that ages. Again, using the leftovers. Next, I would always recommend a sunscreen with usually an SPF above 50. I use three fingers worth before my makeup. It doesn't matter if I'm just going to school, I always do this. Next, I always have green tea in the morning. Green tea is great for slowing down the anti-aging process and it's super anti-inflammatory. Anti-inflammatory? Das ist nicht brennend, oder was? Ey, Fuchsi, dankeschön. Nochmal, die armen Eltern vom Taschengeld kann sich das wahrscheinlich nicht leisten. Ich weiß es nicht. Also, nochmal, ich finde das ja cool, dass sie sagt, ey, ich mache mir da Sorgen und ich möchte in Zukunft auch cool ausschauen und so. Und deswegen mache ich das. Aber das ist halt übertrieben. Wenn du sagst so, yo, ich mache hier und da mal so eine Face Mask und sowas. Das ist ja auch cool. Das ist ja auch cool und das macht ja auch Spaß und sowas. Entzündungshemmend, ah, okay. Aber ich meine, das sind so viele Sachen, die, da weißt du halt, wenn sie dann älter wird und dann tatsächlich auch merkt, dass sie älter wird, weil du kannst es eindämmen. Natürlich, wenn du jetzt jeden Tag fünf Stunden in die Sonne gehst und sowas, ist das nicht gut für dich. Also halt nicht, oder nicht, wird deine Haut, deine Haut wird dir das mitteilen. Aber komplett verhindern kannst du es nicht und musst du ja auch nicht. Also du willst auch gar nicht mit 70 aussehen wie eine 20-Jährige, wenn das überhaupt möglich wäre. Und ich meine, wenn schon, dann geh ja noch zu Dr. Kim. Ja, hab mit viel zu noch schon Feuchtigkeitscreme benutzt. Ja, safe. Safe. Aber ich meine, das ist ja nicht nur Feuchtigkeitscreme. Das ist hier zwei Masken am Tag, dann noch den Safe und dann noch dies und das Getränk und dann noch Honig. Und das halt alles explizit, weil das halt, weil das halt all das fördert. Ich glaube, da kann man ganz gut sehen, was die Gesellschaft bei den Kindern und Teenager für Spuren hinterlässt. Was sehr schade ist, obwohl wir alle Internetzugang haben, informieren sich viele nicht ausreichend. Und wahrscheinlich denkt man auch gar nicht dran, aber ich weiß, dass von klein auf mir schon gesagt worden ist, dass es Cremes extra für Jugendliche gibt und Cremes extra für Erwachsene. Aus dem Grund, weil du deine jugendliche Haut, deine Teenage Haut damit Schaden, mehr Schaden zufügen kannst, als dass du ihr was Gutes tust, wenn du Anti-Aging-Produkte benutzt. Ich bin natürlich kein Arzt, aber so wie ich das gelesen habe, diese ganzen Anti-Aging-Produkte sorgen dafür, ab einem gewissen Alter, wir wissen alle, ab 25 geht es bergrunter mit uns, wir altern, das ist normal. Ganz normaler Prozess, der uns allen wieder verablergehen wird, also von unserem Körper nicht mehr so produziert, wie vor 10, 15 Jahren. Also nehmen wir Pflegemittel, wie Anti-Aging-Cremes, schmieren uns das aufs Gesicht, die dazu da sind, die Kollagen-Produktion anzuregen. Was passiert also, wenn ein Teenager, der eigentlich ausreichend Kollagen produziert, plötzlich ein Anti-Aging-Mittel benutzt, das die Kollagen-Produktion... Der Alterungsprozess ist unaufhaltsam. Ey, ab 25 der Alterst du so schnell... Eigene Kollagen-Produktion des Körpers lässt nach. Da der Körper denkt, okay, ich kriege es von außen zugeführt, warum muss ich es mir selbst zuführen? Was an diesem Video wirklich sehr besorgniserregend ist, das ist das Produkt unserer Gesellschaft, Freunde. Wir sehen eigentlich schon alle mit Anfang 20 mit Anti-Aging-Produkten anfangen. Und sind wir ehrlich, TikTok, da sind nicht nur ab 20-Jährige auf dieser App unterwegs, sondern schon ziemlich junge Kinder. Ja, safe, aber ich meine, wenn du dir so überlegst, Bruder, die Leute, die jetzt so richtig alt sind, die sehen auch, also erstens sieht das halt normal aus, und zweitens, die sehen ja viele auch nicht so schlecht aus, oder die meisten sehen jetzt nicht schlecht aus. Klar kann es halt sein, wenn du jetzt wirklich jeden einzelnen Tag in deinem Leben, du hattest am Bau zum Beispiel und du bist den ganzen Tag nur in der Sonne und schmierst dich nicht ein oder kümmerst dich nicht drum, dann klar wird die Haut auch ein bisschen austrocknen. Und ich weiß nicht, ob ihr wisst, was ich meine, aber kennt ihr diese Leute, die extrem viel in der Sonne sind und richtig so fast schon Hautfarbe wechseln? Das ist fast schon rassistisch, ne? Na, schwarzer Seite. So, bei denen siehst du es halt richtig an und die haben halt sehr große Schäden auch durch die ganze UV-Strahlung und sowas halt dadurch. Aber ja, gibt solche Menschen und wie gesagt, wenn du dann alt bist und alt aussiehst, dann passt das zu dir. Das passt dann, passt das zu dir. Lederhaut, sagt man das so? Ich glaube, ihr wisst ja, was ich meine. Zeigt auch nochmal ganz deutlich, unter was für einem Gesellschaft... Sonnencreme ist sehr wichtig und haut euch das drauf und sowas und auch Moisturize sind sehr, sehr wichtig. Auch hier und da mal, von mir ist eine Gesichtsmaske machen. Okay, dann kannst du auch noch so einen Shake machen und sowas, aber halt spätestens, wenn sie halt im Auto fährt und dann extra so einen Zettel dahin hängt, damit sie ja nicht in der 20-Minuten-Autofahrt ein bisschen Sonnenlicht abbekommt, obwohl sie eh Sonnencreme drauf hat. Das ist dann kombiniert einfach nicht gut mit 14, weißt du? Verständlichen Druck, die Frau steht, nämlich sich um ihr Aussehen kümmern zu müssen. Das möglichst, so früh wie möglich. Bloß nicht, wenn du deinem Alter entsprechend aussiehst. Oder noch schlimmer, wenn du älter aussiehst, als du es eigentlich bist. Aber wenn du jünger aussiehst als dein Alter, dann ist das in Ordnung. Das ist eine Sache und wobei, eigentlich geht alles Hand in Hand einher. Das Alter wird sehr oft als Waffe genutzt. Viele vergessen, wir sitzen alle im selben Boot, Freunde. Und ganz ehrlich, es ist ein Privileg, alt zu werden. Du kannst dich glücklich schätzen, wenn du älter wirst. Okay, Boomer! An der Stelle, einmal, ganz klar und deutlich, ich spreche nichts gegen Anti-Aging-Produkte. Ich finde halt nur, dass wir unsere Denkweise diesbezüglich ändern sollten. Und vielleicht tatsächlich die eine oder andere Prozedur, die man an sich machen lässt, vielleicht auch nochmal überdenken sollte. Es geht immerhin um das Wohlergehen junger Frauen. Ich weiß nicht, dass ich im Tieralter, hätte ich mir im Leben nicht vorstellen können, irgendwann 30 zu werden. Ich meine, ich bin jetzt nur ein Jahr und ein paar Monate davon entfernt. Also, ich habe mir damals immer gedacht, boah, also eigentlich in jedem Lebensabschnitt habe ich mir immer gedacht, okay, ich in fünf Jahren werde so viel reifer sein und werde so viel mehr wissen und werde so viel dies und das und jenes. Bro, ich bin 25, ich glaube, ich bin gepiekt. Also, was kommt denn da noch großartig? Also, ich meine, ja, okay, ich werde dann, okay, ich glaube, wenn ich dann Vater werde, da kommt nochmal so ein bisschen Reife so dazu. Weil musst du ja auch, du musst halt Verantwortung übernehmen für irgendein Ding, was nicht mal gehen kann und sowas. Und dann, oh, keine Ahnung, mein Kind, das liegt am Rücken und das ist schon schlecht. Man muss alle 20 Minuten wenden und sowas. Halt, weißt du, du kommst halt auf Sachen drauf, aber irgendwann war es das halt dann auch. Ich fühle mich immer noch so, als wäre ich 18. Also, 18 und 25 ist für mich eigentlich so gut wie genau gleich. Da hat sich nichts wirklich so getan. Und ich kann mir auch, also, allein deswegen denke ich mir auch nicht, dass es dann, dass sich dann nochmal so viel tun wird, weil das Ding ist halt auch, ältere Menschen sagen halt, dass man, je länger man am Leben ist, desto schneller vergeht halt die Zeit. Und das ist halt voll crazy. Da gibt es ein paar Theorien dazu tatsächlich. Zum einen, weil du alle Sachen schon mal gemacht hast. Also, wenn du ein kleines Kind bist und zum ersten Mal eine Erdbeere isst, dann ist das krass für dich und das ist eine neue Erfahrung und das speichert sich dein Gehirn ab. Der Gehirn macht erstmal Platz und sagt, okay, da kommen jetzt Erdbeeren hin. Und dann fliegst du das erste Mal in die Sandkiste auf die Fresse und sowas und dann schreibst du dir auf, aha, okay, Sand in der Fresse, keine gute Sache. Und irgendwann einmal hast du aber zum 150.000. Mal Erdbeeren gegessen und hast immer, und weißt du, das ist jetzt jeden Tag vor dem PC, hast du 100 Mal angeschaltet und sowas. Das erste Mal, ich kann mich noch erinnern, die ersten Male, wo ich so am PC von meiner Oma so Minesweeper gespielt habe und sowas. Glaubst du, ich kann mich erinnern, wann ich am 24. Februar letztes Jahr oder sowas, was ich da gemacht habe und sowas? Nein, weil es ist nichts Spannendes, nichts Spannendes passiert mir. Da ist alles schon mal gemacht worden. Und deswegen ist es halt so, deswegen storst du mehr Memories, wenn du jung bist. Und je älter du wirst, desto weniger Memories storst du. Und deswegen, wenn du halt auf deine ganzen Memories zurückblickst, ist halt der Anfang extrem und dann flacht das halt so ab. Deswegen fühlt es sich halt so an, als wird die Zeit immer mehr vergehen. Deswegen macht was aus eurem Leben und probiert Sachen aus, weil ihr lebt nur zweimal, vergesst das nicht. Ich sage es euch, je näher ich diesem Alter rücke, umso mehr denke ich, boah, 30 ist voll jung. Warum wird 30 in unserer Gesellschaft als etwas Schreckliches angesehen? Ich habe jetzt wirklich... Ja, ich glaube, weil 30 ist das offizielle Ende vom Jungsein. Jungsein. Weil halt alles, wo eine Eins davor steht, bist du halt obviously jung. Also außer 100. Und dann halt Anfang 20 und sowas. Ja, da machst du die ersten Erfahrungen und sowas. Aber mit 30, da bist du eigentlich schon fabrik-ready. Ich lange über dieses Thema geredet, kommen wir jetzt zum nächsten Thema. Und was mich wirklich sehr, sehr erschüttert hat, weil ich selbst Mama bin. Es geht um den Fall Alexi. Alexi ging mit Rückenschmerzen ins Krankenhaus und verneinte oftmals, dass sie schwanger ist, obwohl das Personal sie gefragt hatte. Daraufhin sieht man Kameraaufnahmen, wie sie sich ihren Hintern hält, um ganz schnell auf die Toilette zu verschwinden. Okay, wer ist Alexi? Oh, ich hoffe, das ist nicht die, wo ich denke, dass sie das ist. Aber ich habe da mal was gesehen von einem Fall. Vielleicht musste sie einfach nur einen guten Schiss nehmen. Nee, Freunde, sie hat auf diesem Klo ein Kind geboren. Statt dass sie mit dem Kind rauskommt, hat sie dieses Kind in einen Mülleimer geschmissen. Das ereignete sich im Januar und geht jetzt viral. Dieses Baby hatte gar keine Überlebenschancen. Sie war für den Tod des Babys verantwortlich. Man sieht auch Aufnahmen, wie die Reinigungskraft die Toilette betritt und die Toilette sauber macht. Die Toilette soll wohl blutverschmiert gewesen sein. Daraufhin findet sie das Baby im Mülleimer, weil der Mülleimer viel zu schwer war, als wie er es sonst eigentlich ist. Es gibt genügend Aufnahmen, die auch die Reinigungskraft zeigen, wie aufgelöst sie ist und weint. Ja, for real, ich meine ... Du siehst sicher viel, du siehst sicher viel, gerade wenn du in dem Krankenhaus bist und sowas, aber imagine, du findest ein ... Boah, wie ist der Passata. Ja, ich meine, ich weiß nicht, ob sie das da auch noch zeigt. Es gibt da noch so ein Video von ihr, wo sie dann quasi so ... Wo sie sie dann dazu befragen und sie sagen so, yo, wir haben hier gerade ein Baby im Mülleimer gefunden und sowas. Und sie sagt so, ja, sie wusste nicht, was sie machen soll und sie hatte so Angst und sie ... Ich weiß gar nicht, was sie gesagt hat. Sie hat da aus Panik reagiert oder irgendwie sowas. Ich weiß gar nicht mehr, wie das geht. Ich meine, du hast ja auch eine Nabelschnur und alles. Ich weiß es nicht. Ich habe null Ahnung. Ganz, ganz krass. Ey, Digga, was ... Also, was ... Wie reagierst du denn überhaupt? Rufst du die Polizei oder so? Bruder, die arme Frau hier auch. Ja. Es ist halt die Frage, ob du dann halt noch normal arbeiten gehen kannst danach oder nicht. Na. Ich habe null Verständnis. Er hat nur so. Das Szenario ist so schrecklich. Ich habe mir die Videos angeguckt und ich habe einfach mitgeweint. Ich kann beim besten Willen nicht verstehen, warum. Es gibt doch andere Möglichkeiten. Du kannst dein Kind zur Adoption freigeben. Du kannst dieses Kind auch in eine ... Ich weiß nicht, ob es in den United States eine Babyklappe gibt. In Deutschland weiß ich, dass es so eine gibt. Ich verstehe einfach nicht, warum man diesen Weg gehen musste. Was mich, ehrlich gesagt, an der ganzen Story nervt, ist, dass diese Person gesagt hat, dass sie nicht wüsste, dass sie schwanger ist. Die Mutter wurde auch befragt. Sie war ... Ja, selbst wenn du es nicht wissen würdest, selbst wenn du es nicht wissen würdest und dann kriegst du auf einmal ein Kind, dann wirst du es ja nicht aus Reflex wegwerfen oder sonst was. Nämlich, nachdem das passiert ist, sie haben ... In den USA gibt es mega viele Babyklappen. Ja, safe. Also, selbst wenn du ein Kind ... Also, wie machst du es halt for real, dass du neun Monate lang durch eine ... Gut, das wirst du jetzt nicht die ganzen neun Monate lang merken. Ich schätze mal, es war kein gewolltes Kind. Aber wenn du ... Also, irgendwann merkst du das sicher. Ich war noch nie schwanger, ich persönlich. Aber so spätestens so ab dem dritten, vierten Monat wirst du auf jeden Fall merken, dass sich vieles bei dir verändert oder dass du halt langsam den Bauch bekommst und so. Und wenn du nicht jetzt abrupt anfängst, irgendwie deine Ernährung umzustellen, dann wirst du dir auch nicht denken, okay, das kommt jetzt einfach so, keine Ahnung, mein, mein, äh, äh, wie heißt das, äh, wie heißt das Scheiß? Mein fucking, weißt du, mein, ah, wie heißt das, das Wort mit S? Mein, dass du quasi Essen anders verdaust. Bruder, ich bin grad, ich bin grad komplett lost. Also, quasi, du nimmst mehr Gewicht zu, ohne dass sich irgendwas bei dir ändert. Wie heißt denn das Wort? Die Aufnahmen gecheckt, um herauszufinden. Stoffwechsel, dankeschön, oh mein Gott. Wer das war, die Polizei ist zu ihr nach Hause gegangen, um sie festzunehmen. Beide haben verneint, sie war nicht schwanger, keiner wusste was davon. Ihre Mitschüler angeblich auch nicht. Ihr Freund wusste auch nichts davon, dass sie schwanger ist. Merkwürdig ist aber, dass es Aufnahmen gibt von ihr beim Cheerleading, wie sie ganz offensichtlich einen großen Babybauch hat. Ja, ja. Allein, dass sie das Cheerleading geht, ist mega gefährlich. Also, nicht nur für das Kind, sondern auch für sie. Hartsache, dass die Mutter hat. Dass es keinem aufgefallen ist. Also, auch von den Cheerleaderinnen. Weil ich mein, dem Freund oder sowas wird es schon auffallen. Die anderen werden sich denken, okay, vielleicht hat sie halt wirklich einfach zugenommen. Oder sie hat einen Blähbauch. Oder sie, weiß nicht, wenn du die auch regelmäßig siehst, dann fällt dir das ja auch nicht auf, wenn eine Person zunimmt. Selbst wenn sie stark zunimmt, dann müsstest du erst mal, wenn du sie jeden einzelnen Tag siehst, das fällt dir dann nicht auf. Erst wenn du eine Person so alle zwei, drei Wochen siehst und dann siehst du die mal wieder und denkst dann, wow, auf einmal hast du zugenommen. Anstatt, dass sie ihrem Kind beibringt, hey, sag die Wahrheit, wie es war und so weiter und so fort. Die Mutter lügt wie gedruckt. Das ist mein Eindruck. Ich finde, dass das Verhalten der Mutter und der Tochter überhaupt nicht normal ist. Ich meine, wir sprechen von ihrem Enkelkind. Und die Mutter verhält sich für mich, in meinen Augen, wie eine Kriminelle. Alexi wurde wegen ersten Grades angeklagt, wurde freigelassen auf 100.000 Dollar Kaution. Im Oktober, ich glaube, es wurde jetzt sogar vorverschoben auf September, findet der Prozess endlich statt. Ich glaube, jeder will an diesem Punkt einfach nur Gerechtigkeit für dieses unschuldige Wesen. Ja, also nochmal, wenn wir nochmal davon reden, manche Frauen bekommen auch während der Schwangerschaft eine Periode und sowas. Ich bin auf eurer Seite, selbst wenn es wirklich so ist, dass ihr nicht aufgefallen ist und dass keiner einzelnen Person aufgefallen ist, dass sie ein Baby in sich trägt, ab dem Zeitpunkt, wo sie aufs WC geht und dieses Baby gebärt und dann sieht, yo, ich war schwanger, ich habe gerade ein Kind zur Welt gebracht, wenn sie es dann einfach herzlos entsorgt und hofft, dass es niemandem auffällt und sowas, dann gehört sie absolut dafür verurteilt. Ist dann scheißegal, was dann davor passiert ist. Kommen wir zum letzten Part und damit passt das auch sehr gut zum vorherigen Thema. Es geht um diesen Abtreibungskuchen, der viral gegangen ist. Oh mein Gott. Das ist kein Wort, das man sagen sollte. Ich dachte, da geht es um 14-jährige Anti-Aging-Routine und sowas. Okay, der Abtreibungskuchen. Es geht um eine TikTokerin, die diesen Abtreibungskuchen gemacht hat. In dieser Geschichte blicke ich nicht ganz durch. Ja, ich finde das krass unsensibel, aber sowas von. Dieses Bild. Ach, oh mein Gott. Wisst ihr, was ich gedacht habe? Ich dachte, sie macht ein Kuchen mit einem Rezept, das giftig für dich ist. Bruder, ich bin so dumm. Ich bin so dumm. Frieger 55. Das ist so, wie wenn dein Kind zu dir kommt und sagt, naja, ich habe meine Freunde geschwängert. Nein, Spaß. Ich habe nur eine 5 in Mathe. Dann ist es so, okay. Hast halt nur eine 5 in Mathe. Wer, wer ... Wie ihr auf dem Kuchen sehen könnt, finde ich sehr unsensibel und etwas geschmacklos. Allerdings ... Ah, congrats, it's aborted. Das muss man nicht unbedingt so machen. Also, klar, wenn sie die Abtreibung da ... Also, macht oder wie auch immer, dann ist es ja ihre ... Also, das möchte sie ja so machen und so. Nur, es ist trotzdem ein Problem, weil das ist keine ... Weißt du, das ist kein Eingriff, wo du einfach nur kurz ... Weißt du, du gehst zum Zahnarzt und das ist so ein Routine-Eingriff und sowas. Sondern das kann trotzdem auch für dich als Mutter sehr ... Oder du bist halt keine Mutter, aber ... Kann halt trotzdem psychologisch ... Nicht ganz gut für dich sein, auch wenn du halt das Kind abtreiben möchtest und sowas. Und ich weiß nicht, ich würde da jetzt ... Also, keine Ahnung. Ich würde für gar keinen Eingriff irgendwie ... Da jetzt so einen Kuchen machen, außer du hast irgendwie, keine Ahnung, wirklich irgendwas so ... Jo, du hast Krebs und du hast den Krebs besiegt und sowas. Dann kannst du von mir so einen Anti-Krebs-Kuchen haben. Also, ihr wisst, was ich meine. Irgendwie eine Abtreibung ist eine Sache. Wenn du das machst, dann wäre es irgendwie weird, wenn du einen Kuchen dafür bekommst. Ist mir so ein Kuchen tausendmal lieber, als wie wenn so etwas, wie im Fall zuvor wirklich passiert. Es gibt so viele Leute ... Ja, okay, und dann so ... Okay, na, das ist scheiße. ... die sich über diesen Kuchen empören. Ja, ist aber auch so. Okay, die so viele negative Sachen schreiben, dass die Erstellerin des Videos sogar alle Kommentare deaktivieren muss, die ihr Profil ... Ja, aber sorry, das ist einfach sehr geschmacklos. Es ist einfach sehr geschmacklos. Was soll ich sagen? ... privat stellen musste. Ist es unsensibel? Ja. Ich würde aber echt sagen, lass uns doch mal ein bisschen weiterdenken. Erstens führt es dazu, dass das ... ... etwas mehr normalisiert wird. Dass das nicht mit so einem Stigma einhergeht, weil das tut es immer noch. Ja, das kannst du so und so machen. Ich finde das nicht gut. Ich sage nicht, dass ab und zu salonfähig gemacht werden sollen, okay? Das ist mir fucking egal. Das ist eine Sache, die es mal eben kurz zu erledigen ist. Ich weiß nicht, was an der Stelle richtig ist, aber ich sage ganz ehrlich, ich habe lieber so einen Kuchen. Ich sehe lieber das, als wenn ich in den News lese, dass irgendeine angeblich Teenager, sie ist 19, ein Baby in den Mülleimer setzt und ... Ja, okay, das ist mir auch lieber, ja. ... nicht selbst überlässt. Ein Neugeborenes. Ich denke auf jeden Fall, dass Abtreibung für alle zugänglich gemacht werden soll, damit solche Fälle ... Ich verstehe auch, dass es das irgendwie normalisieren soll und sowas, aber ich meine, ich sage dir auch ehrlich, es gibt viele Leute, die haben eine Abtreibung gemacht, weil sie ... Ich weiß nicht, vielleicht haben sie eine Abtreibung gemacht und sie bereuen es. Vielleicht haben sie eine Abtreibung gemacht, weil sie Angst haben, dass sie dem Kind kein schönes Leben bieten können oder sonst was. Oder halt wirklich traumatisiert sind davon. Es gibt sehr, sehr viele Fälle von Frauen, die eine Abtreibung gemacht haben und sich danach in psychische, psychologische Behandlung begeben haben müssen. Und die sehen dann sowas, wo die eine Karikatur quasi das Baby da so einfach wegwirft, so in den Korb wirft und sowas und so, ha, scheiß Baby, gratuliere, dass es nicht mehr da ist und sowas. Das ist halt sehr ... Es ist sehr unsensibel und es ist nicht gut gemacht und ich verstehe, dass die dafür geflamed wurden. Was soll ich da anderes sagen? Bei Alexi vermieden werden, weitmöglichst vermieden werden, gibt es wahrscheinlich immer noch, selbst wenn du die Möglichkeit hast, es gibt immer noch irgendwelche verrückte Menschen, die sowas machen. Solange es ein Embryo ist, finde ich es legitim. Ich finde es schwierig. Es gibt jetzt wieder einen Fall, der sich ereignet hat, und zwar in ... Okay, viertes Thema. ... United Kingdom. Da hat eine Frau in der 32. Woche eine Abwaltung durchführen lassen. 32. Woche. Jetzt kannst du das checken. 32 durch vier, eigentlich soll ich das rechnen können, acht im Monat. Bis wann ist es legal, in der UK ein Kind abzutreiben? Das ist eine gute Frage, ne? Es ist schon ein Fötus. Das ist wirklich etwas, was ich nicht ganz nachvollziehen kann. Ihr könnt mir gerne eure Gedanken in den Kommentaren ... Ja, was für ein wilder Ritt dieses Video. Wir hatten hier 14-Jährige mit Make-up, dann auf einmal True Crime und dann auf einmal einen Abortion-Cake. Es war spannend. Es war ein Video, was mich sehr inspiriert hat. Ich sage euch ehrlich, mir ist es ab, also die ganze Abortion-Sache und sowas, das ist ja in verschiedenen Ländern unterschiedlich und so. Mir geht es nicht darum, mir geht es da wirklich darum, okay, sich zu überlegen, was macht dieser Kuchen mit, nicht nur mit, nicht mit der Person, für die dieser Kuchen ist, sondern mit allen anderen Personen, an die dieses Video halt auch gerichtet ist und so. Ganz, wolltest du solche überhaupt ein Fazit ziehen? War ein spannendes Video. Ich habe einen Daumen nach oben gegeben.